In diesem Video geht es um die besten drei 10W40 Öhne. Der erste Platz geht an das Haien-Produkt. Motoröl mit Synthetik-Technologie, Schutz vor Ablagerungen und Verschleiß bietet eine überlegene Motorenreinigung durch spezielle Reinigungsmittel, die die Motorenflächen aktiv reinigen und fortlaufend Ablagerungen und Rückstände entfernen. Shell Helix HX610W40 bietet nicht nur überlegenen Schutz im täglichen Gebrauch, sondern erfrischt und verjungt den Motor aller Fahrzeugtypen. Dank der Formulierung mit Synthetik-Technologie kann es eine höhere Leistung bieten als ein Mineralöl. Es verlängert die Lebensdauer des Motors, indem es ihn vor Verschleiß schützt. Jetzt direkt sparen der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. 10W40 ist ein hochwertiges synthetisches Basisöl, das entwickelt wurde, um den Anforderungen von Benzin und diese Motoren in allen Fahrzeugen gerecht zu werden, die gelegentlich unter anspruchsvollen Bedingungen arbeiten. Es gewährleistet antioxidative Leistungen und eine hohe reinigende und dispergierende Wirkung, die einen einfachen Kaltstart ermöglicht. Einfacher Kaltstart und effektive Schmierung im Betrieb. Verpackungsgröße 250LX200HX200B Eine spezielle Formulierung gewährleistet maximalen Motorschot sowohl bei Kaltstarts als auch bei Langstreckenfahrten. Das Additivpaket ermöglicht eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und verbessert das Verhalten des Motors unter besonders anspruchsvollen Bedingungen. Die synthetische Basis verleiht dem Produkt hohe Leistung und macht es für Motoren jeder Marke und Größe geeignet. Der dritte Platz geht an das Sparprodukt. Die spezielle Formel mit dem Additivpaket ermöglicht eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und verbessert das Verhalten des Motors. Die synthetische Basis gewährleistet hohe Leistung. Das Motoröl garantiert maximalen Motorschot sowohl bei Kaltstarts als auch bei Langstreckenfahrten. Universelles Motoröl, ereignet für Diesel und Benzin, für Motoren jeder Marke und Größe. Nicht in die Umwelt abgeben, bitte darauf achten, das gebrauchte Motoröl und den Ölfilter zu entsorgen.